Das nächste Stück ist für diese Stadt und für dieses Land, für die Stadt Dormagen, wo Sie alle leben und für dieses Land, wo wir alle leben. Das möchte ich den stellvertretenden Bürgermeistern geben. In Lierenfeld, in Lierenfeld. Da wird die ganze Stadt nicht sein. Aber wenn man ein Krümmerchen draus macht, wird die ganze Stadt sein. Wir müssen nur kreativ sein. Das nächste Stück hol ich für unser Vaterland, für Griechenland. Applaus Das stimmt. 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 Das stimmt.